Hallo, heute ist der 12. Dezember. Habt ihr schon Kekse gebacken? Wir wollen heute Kekse backen. Meine Kekse heißen Schneeflöckchen. Für ein Backblech braucht ihr 250 Gramm Butter oder Margarine, 100 Gramm Puderzucker, 2 Päckchen Vanillezucker, 100 Gramm Mehl, 250 Gramm Speisestärke und ein bisschen Puderzucker zum Bestäuben. Alle Zutaten mischt ihr in eine Schüssel und dann knetet ihr den Teig schön durch. Anschließend formt ihr kleine Kugeln und diese drückt ihr mit einer Gabel platt. Dann müsst ihr sie noch im Backofen bei 180 Grad circa 15 Minuten hell backen. Und am Ende sehen sie dann wie meine Kekse aus. $50,000 Anhalts ig ale ple k Untertitelung des ZDF, 2020